5 Arten von Schlafmützen Wie viel Raum ist denn? Genau, das klingt der Wecker. Was? Oh, wie viel, oh man, es ist 5 Uhr morgens, du bist aus. Hey, sieh auf, aufstehen. Hey, nein, Mama, jetzt lass doch mal die Decke, Mann. Ich muss jetzt nicht in die Schule, hallo. Ja, du musst in die Schule. Nein, muss ich nicht, das reicht. In 3 Minuten beginnt der Unterricht, jetzt steh auf. Nein, 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 nein. Sieh auf, nein. Der Schlafmützen-Tollpatsch. Deckel weg hier. Oh, kacke, jetzt ist immer meine Decke untergefallen. Ich muss ja meine Brille. Oh, kacke. Genau, kacke. Pus, ja. Ich muss meine Brille. Hier. Au, jetzt hab ich mir auch noch im Auge gestochen. Oh Mann. Wie, dass meine Mutter wieder sieht. Oh, geh doch raus. Ah, jetzt hab ich mir auch noch den Finger geklemmt. Ach, du hast doch wieder alles kaputt gemacht. Ja, tut mir leid. Oh. Das ist echt so ein Kallpatsch. Den teuren Wecker extra. Ja, der ist kaputt jetzt, glaube ich. Du hast ja nur einen günstigen Kaufen. Du hast ja auch echt alles kaputt. Und deine Finger, zeig mal her. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich hab den auch geklemmt. Hast du schon wieder deinen Brille in das Auge gesteckt? Ja. Mann. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Der Schlafmützen-Glückhaber. Super. Man muss eigentlich der Wecker jetzt, ähm, gongen. Ich hab so Glück heute wieder. Genau. Rischige Uhrzeit. Hi Mama. Ah, hi. Hi. Na? Ach, wie ist das heute aufgestanden? Dann hab ich keine Schule jetzt. Ach, egal. Ich wollte einfach mal ein bisschen noch mal lernen. Weißt du? Ein bisschen lernen, ein bisschen Glück haben. Schön. Ein bisschen Skateboards fahren. Ohne hinfliegen heute. Ja. Nicht so wie gestern. Na gut, gestern war halt, na ja. Ich will nichts sagen, ne? Heute kommt deine Schwester wieder. Ja? Ja. Ja, dann geh. So, dass ich mal verletze. Der Schlafmützenangsthase. Was ist das? Oh nein. Was ist das? Oh nein. Was ist das? Oh, ich hab voll Angst. Was ist das? Oh, was ist das? Ich hab so Angst. Ah! Ich muss schnell zu Mama. Ich muss schnell zu Mama. Ich muss schnell zu Mama. Ganz krusel. Du bist so ein Angsthase. Soll ich bei dir schlafen? Du willst in meinem Bett? Okay. Ich geh in dein Bett. Nein! Bleib hier! Bleib hier! Ich will bei dir schlafen. Dann leg dich da rein. Und er hat doch immer so Ding, 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 Ding so gemacht. Das ist dein Wecker. Oh. Es ist 5 Uhr. Du musst dich jetzt gleich anziehen. Das ist Schule. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Ähm, ja, okay, dann, ähm, ja, tschüss. Der Schlafmützenstreber. Hm. Das ist, glaube ich, Schule. Ich glaube, heute ist Schule. Aber warte mal. Haben wir heute Mathe? Hm, ja, ich glaube, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, glaube ich. Ähm, ähm, ja. Bist du schon wach? Ach so, hi Mama. Ja, ich bin schon wach. Aber ich muss erstens gerade meine Mathebrille aufsehen. Okay. Sehr. Wo hast du denn Handy? Geht doch heute, äh, wie gehst du, äh, heute gehst du nicht zur Mathe-Stunde? Was? Äh, du hast doch keine Mathe-Stunde. Heute hast du nur Deutsch, nur Link und kurz. Weil in der Mathe-Stunde müssen wir jetzt ein Tag halten. Hä? Aber Mathe ist doch mein Lieblingsfach. Ja, weil heute fahren wir zum Tarnarzt, danach muss der Vater... Aber Mathe ist doch mein Lieblingsfach, die spinnt doch. Sie hat doch nicht mal alle Zacken hinterticken. Ja, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Gut. Dann geh ich lieber zu Mathe. Ja, ich hab's kapiert, okay? Um sieben Uhr, ne? Kommst du nach Hause? Ja. Okay. Okay. Ja, ja, sieben Uhr, die spinnt doch. Uh, 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 uh. Okay? Es geht ja zu, ja, ja. Hast du grad, du hast was gesagt, hab? Ja, ja, hab's. Okay, gut. Denk jetzt daran. Ja, hab ich. Das ist mehr wichtig. Ja, hab ich. Hab ich, ja. Okay. Okay. Geh doch nicht zum Zahnarzt, ich geh lieber zur Mathe. Ist die blöd, ey. Die Outtakes. Äh. Oh, ich hör doch grad hier eben was. Ich hör doch eben was. Was ist das? Ah, ah. Das hat doch weggetan. Oh, oh, das ist doch weg. Ist doch aber weg. Oh, ich kenn's noch was. Oh, ich weiß das hier. Halt. Jetzt müssen wir noch wovon neu drehen. Oh. Okay, wir ver- Oh, wir filmen hier schon. Bää. Du weißt alles, ne? Ja, okay. Das war 4.3. Das war das 4.3. Und Deif, die sagt, sie hat auch noch den Kopf gestoßen. Mein Kopf. Oh Mann, noch auf ein Neu. Okay, let's go. Oh, wir filmen schon. Ich bin schon wach. Das ist ein Fail. Sorry. Ich so, bist du schon wach? Okay, warte, das müssen wir noch von neu drehen. Bäh, du stehst ja hinter mir, Digga. Bäh, sie ist gerade in der Kamera. Bäh, also das ist ja komplett, ne? Das war es jetzt gar komplett, okay. Dann müssen wir die noch sehen, noch von neu drehen. Los. Nee. Also wirklich, ich weiß, dass du es wachst. Digga, jetzt kommst du her, Digga. Du machst das extra, Mann. Digga, das machst du extra, Digga. Das waren die Outtakes. Leute, wenn ihr natürlich noch mehr Tipps habt, was wir nachmachen können, dann schreibt es in die Kommentare. Danke.